und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von stardew valley in der letzten folge habe ich es gerade so nach hause geschafft aber trotzdem nicht ins bett morgen wird sonnig wasser ja leben vom lande schön was ist heute auch gas hat heute geburtstag ich habe doch irgendwo eine orange oder das könnte ich auch mitnehmen ich habe zwei eier zwei dino eier kann ich hier irgendwas reinballern das hier vielleicht so dass das passt er stein danke sonst nichts wundert mich ein bisschen was hier los nichts ressourcen hat das gut gebracht ist das fertig nein die monenblumen sind fertig wie viel habe ich jetzt iridium ein bisschen was kann man kann man mal machen ja ich packe hier auch knochen hin ist ja egal dass das was das kommt hier auch hin dass jenes schleim ein bisschen man kann ich wieder ein ei machen bomben habe ich jetzt nicht wirklich verwendet ist ja auch nicht schlecht ja weg damit okay wir könnten auch zugunter mal kurz gehen das brauche ich noch für irgendwas weiß ich noch nicht was das hier ich habe doch irgendwo geoden die hier aber habe ich nicht noch welche was sind das alle das sind die roten die da also die kiste habe ich in der tasche okay passt schon passt schon hier drin wieder halb 20 schleim ist genau vor der tür stehen ist ja ja aber ich lieb aber ich lieb aber ich will das mitnehmen danke wie die halt alle vor der einen tür da stehen ist ja mies okay ich hätte ich hätte schon reisen können ja gas ich suche noch irgendwo eine orange für dich aber vorher mache ich mal kunter kunter klint klint und dann kunter so ist hier vielleicht noch was dran ja müll na klint die runde öffnen zuerst das hier ah das ist okay kann man gebrauchen vor allem jetzt so kohle ist müll das brauche ich das ist nicht schlecht stein ja das brauche ich auch nicht so jetzt kommen die guten da holen wir jetzt ein bisschen was raus ja stein ja kupfer stein ich hab grad kein glück mehr gold eridium ja das oh den computer brauche ich dann kann ich den hofcomputer da bauen eridium jetzt habe ich vier stück ja kupfer den habe ich garantiert schon grillium stein ist fein sehr viel stein ne wieso so viel stein kupfer eisen das könnte neu sein weiß ich nicht das ist schwierig zu sagen stein fehlt mir noch lehm ja ok ah ok jetzt kann ich nicht mehr warte mal kann ich natürlich jetzt kommt alles neue sachen oder warte mal jetzt kann ich dann ok ich gehe mal zugunter der hat sicher irgendwas irgendeine verwendung dafür hast du nur zwei gegenstände ok oh ein ei könnte ich auch ok und kein geschenk ich mag ihn das ist richtig nett von ihm so geode öffnen bitte was praktisches oh der ist glaube ich auch neu kult ja weiß ich nicht aber ich schaue mal nach Clint was da bei rauskommt wenn ich jetzt kein geschenk bekomme dreh ich durch Clint ja gut danke belohnung kristallstuhl 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 das passt ja sehr gut in meine wohnung ne hm ja dann äh was mach ich mit dem anderen Müll was brauch ich denn dafür batterie quaz hm was macht denn der Hofcomputer eigentlich hab ich jetzt nicht nachgeschaut den gab es damals noch nicht oder hatte ich den ich bin da so unsicher ob ich den mal gebaut habe oder nicht kann ich ihn hier bauen was ist er denn hier es fehlt ein quaz okay äh quaz da zuerst mal das ganze zeug hier abgeben äh hier was kommt weg hm hab ich noch essen gut äh kohle brauche ich ein quaz habe ich nur hm wie lang dauert denn das dass das fertig ist wo habe ich denn die orange von gas ich habe doch noch eine orange irgendwo oder täuscht mich das irgendwo muss doch ein nee hm ich hatte doch irgendwo noch eine orange oder habe ich die vorher schon gegeben ich glaube schon schade schade kann ich ihm das nicht geben jetzt verkaufe ich das mal ein bisschen was bringen so klein wenig was hier weg das ei behalte ich noch das hier und das hier und das also ich habe hier gerade ein ei drinnen hm ja muku aber ich lieb so hey Achtung das VIP Gebiet na da dürft ihr nicht drüber Hubert das kann ich nicht zulassen so hier könnte ich auch mal ein bisschen mehr bauen okay Achtung weg da aber ich lieb bach 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 so bitte nein immer noch nicht ah schade zwei eier nochmal zwei eier zwei eier ein ei ich brauche unbedingt so eine Hasenpfote ne unbedingt was ist denn Montag ok kaufen ja gut ich lieb cool wird äh das Ding wird morgen fertig sein hier ist Quarz das wird ewig dauern ne wenn ich das so mache was mache ich inzwischen das Montag ich kann naja Essen verteilen habe ich noch irgendwas Diamanten nehme ich noch mit äh Diamanten ein bisschen Liebe zum verteilen Abigail wer braucht noch was habe ich hier noch irgendwas was jemand mag hier vielleicht oh ja das könnte ich machen Kokosnuss kann ich auch passt da habe ich so ein bisschen was abgedeckt unterwegs ah ein Obi darf ich nicht vergessen da gehe ich ja auch rein der wohnt da ja okay gut gut wann bekomme ich eigentlich meinen Fittra Helm Bürgermeister ich mag sie nicht jetzt die Frage wo ist er jetzt wieder nein nicht essen hier ist mal Obi hier zum gucken das habe ich am liebsten dankt hier ja gerne mach dir einen schönen tag hier ist Omi ich kriege einen diamanten ja ist schön so magst du auch einen diamanten danke hier ich fühle eine besondere Energie ja ist Hayley auch hier also er ist ja beim Eisstamm drüben stimmt da arbeitet er ja ok ja ich weiß du magst Kokosnüsse warte ich rede noch mit hier ich werde mich diesem Sommer so schön bräunern Achtung aber immer Sonnencreme verwenden äh habe ich denn sein spezielles Frühstück spitze ich liebe das ja ich liebe dich ja ok äh hey Bauern hey Bauern typ du siehst ein wenig verbrannt aus ja ja was will was will man machen das ist nicht gerade sympathisch ne äh einfach nur wild wo ist jetzt abigail da muss ich jetzt auch ganz kurz na ziegenkäse habe ich keinen dabei ne schade ja ich habe da was für dich ja du gibst das äh hier würde ich auch mal einen Diamanten ach du meine Güte bist du sicher ja immer schön läuft ja äh ich komme gleich in die bar ist vielleicht abigail in der bar aber nicht jetzt oder nein da sitzt sie nicht äh gas was hast du so im angebot oh ich kauf mir mal was davon äh zwei bitte hier pam da schmeckt dir gehst du bitte weiter bitte danke hier oh lukas woher wusstest du dass ich sowas mag keine ahnung es gibt im internet eine wikipedia seite wo man alles sieht von euch habe ich noch einen diamanten ja hier heute ist tag der liebe ne dank dir ich stehe total auf sowas ja freut mich aber wo ist abigail abigail da kommt da kommt sie gerade hier abigail dankeschön das ist mein lieblings stein er ist so hübsch ja passt gut zu deinem haar so jetzt zu maro noch zu maros vater hier hier ist nicht er war schon zu hause ach da kommt er gerade mal hier hier nehme ich gerne ich nehme alles quatsch hier oh das ist auch alles fertig schön ja eine fuhre noch dann wäre es fertig dann bräuchte ich nur noch ja batterie habe ich Quarz ja Quarz fehlt nur noch hm dann kann ich das ja weglegen geridium kann ich ja auch rein kohle das ei lege ich mal hier rein so sollte ich vielleicht noch ein bisschen erdbeerwein herstellen ich weiß nicht hm und für gas habe ich leider keine orange schade schade aber ich stelle mir jetzt noch ein bisschen ich habe da noch oder wo habe ich denn das gesehen was hier ja genau hier das nehme ich mit gehe ich hier noch ein bisschen basteln bis das fertig ist hier hier so eine schöne terrasse weg damit so ok mache ich das hier weg das sieht überhaupt nicht symmetrisch aus liegt das jetzt nur an den lampen ich reiße die mal ab so hä natürlich reiße ich den boden mit ab ok hier 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 ah füllen hm kann ich hier noch irgendwas anderes ich muss doch ok ja sowas hätte ich auch gern hm hm ich habe kein Kaffee mehr ich habe alles ausgetrunken ok Hofcomputer ich komme und kurz vorm schlafen gehen natürlich Hofrechner meine ich achso so so wo stelle ich den dann hin hier nun auch Hof Anzahl Heu hat das praktisch gesamte feld bestand 168 bereit zur ernte 8 ach ja das die mondblumen die mondblumen bestellen 2 ok ja kann man machen muss man nicht hm hm habe ich jetzt noch irgendwas was ich machen könnte ganz kurz nein dann gehe ich pennen ne was morgen ja das hat heute Geburtstag aber morgen ist ist da jedes mal was anderes beim Ballon Katze kann ich dich noch streicheln geht nicht ok das hat gar nicht mal so viel Geld gebracht achso das ist nur der Helm ach das hier ja das war ein bisschen was wert aber das sind vier Stück das hier ist auch gut ist aber auch nicht viel so 2000 das hier ist halt 5000 für Milch das bringt Geld neunter Tag im Sommer ja dann Leute dann würde ich mal sagen ist diese Folge ein bisschen kürzer geraten als sonst aber es wird sich jetzt nicht besser ausgehen also lasst ein Like und Abo da würde mich freuen wir sehen uns im nächsten Stream hier unten sind die Streamzeiten verlinkt und verlinkt naja ich bin jetzt ein bisschen durch ist wieder heute ein langer Tag gewesen also lasst einen Daumen und Glocke ist wichtig würde mich freuen habe ich lieb ciao 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 Ha ha ha.